Ah ja stimmt, ich war ja Ding marinieren. Hat der dir das Video geschickt, wie ich die mariniert habe? Auf jeden Fall so wie Ding gemacht, äh, Nusret. Diese Move. Ja stimmt, der hat dann gesagt, so ja, die ist dann weg, weil du weggegangen bist. Ich hab so 10 Minuten oder so gewartet, dann hab ich echt gepennt. Ja man. Warte, äh, der hat gesagt, ähm, der so hat, hey, und die so, hallo, wie geht's oder so, was machst du? Und dann die so, äh, nix, gleich schlafen gehen und dann hat er ihr, also ihr Gute Nacht geschrieben. Dann hat die geschrieben, zurück, ja, Gute Nacht und danach ein Herz. Aber das Herz hat sie gelöscht anscheinend wieder, hat er gemeint. Oh ja, stimmt, das hab ich auch noch mitbekommen, aber ich dachte, die haben noch irgendwas geschrieben. Mh, nee. Oh man. Auf jeden Fall denk ich entweder, ach, warte mal, ich geh dir mit, warst du schon auf dem Account drauf? Ja, Ding, ich hab mir von Millie, ich hab doch kein Insta, ich hab mir von Millie die, äh, Sachen schicken lassen. Ja. Also die Bilder und guck mal, ich find irgendwie sehen die so, die Qualität ist schon irgendwie so komisch, aber es ist auf jeden Fall dieselbe Person. Guck mir's grad an. Gefade, dreimal. Ey, aber ihr Profilbild sieht nicht stinks aus. Weißt du, was willst du jetzt ganz einfach machen? Hä, warte mal, die hat zwei Bilder und Millie hat mir mehrere gesendet. Ja? Hä? Ich versteh grad gar nix mehr. Spöhrchen. Jetzt mach mir das mal ganz kurz. Ey, ich hab das bei Google Suche reingegeben und hab den nicht gefunden. Also ihr Bild. Spöhrchen. Warte. Ich hab doch Ding, ähm, auf mein Handy so ein, wie heisst es, dieses, Suche nach ein Bildfunktion. Ja, das hab ich doch über Google gemacht, aber ich hab das ja gefehlt. Nein, wir machen, ich mach das nicht über Google, ich mach das dann über andere Sachen, über das gesamte Netzwerk. Das bedeutet, die wir sind an, nur Internet, such das jetzt gleich danach. Scheiße, ist das Rang oder locker? Ja, nur locker. Ja, nur locker. Der Typ muss mir nur sagen, wo der ist, dann schweiß ich eine Granate hoch. Also ich sehe das schon gewonnen, grad nicht. Oh mein Gott, mein Ehm. so jetzt ich suchte nach wenn ich das finden ich sie am Arsch und wird nun gehen hat nichts aus so gucken wir mal Findet nichts Ich finde das so komisch, aber das kann nicht sein Weißt du, ihr müsstet mal so machen, dass ihr sagt Ja, ihr trifft euch mit der Irgendwo Weißt du, was du weißt? Weißt du, das Ding ist halt nur Ich will halt so einen Sekundären Ausweg noch Bedeutet, wenn einer auffliegt Dann haben wir noch einen anderen Um das herauszufinden Das muss entweder Ümit oder ich irgendwie was Ko-richt behindertes machen Weißt du, was ich mein? Weil so uns blockiert die Dinge Ne, man, ich hab aber einen C4 Mach ich Beruhig nicht mal wieder, Alter Ich hab ne Freundin, wenn der langweilig ist, hab die Schluckauf bekommen Das ist nett Du wusstest direkt, wenn ihr langweilig ist Das war mir so klar, dass wenn ich die Stammstimme gehe Ich hoffe, meine Mutter nicht schlafen Ich hoffe, dass ich nicht schlafen muss Ich hoffe, dass ich nicht schlafen muss Yo Töte mich, wenn ich nicht schlafen werde Stoß hat mich getötet, wollen ich arschen Halt die Biohazard Container Ich meine Linkspeier, noch einmal Juhl, wie weit gehen die? Sie ist vor der Tür platziert, äh, explodiert Ich weiß nicht, dass er den immer noch bekommen hat, also. Also, ich muss noch diese drei Kills machen, mir Blitz, Alter. Ich will Blitz eh so oder so geil, eigentlich. Auf jeden Fall, das finde ich immer noch weh, er sagt, er kommt online morgen, er kommt auch nicht online. Er sagt, ich soll trotzdem spielen und machen. Ja, aber wann hat er geboten, ist er doch nicht klar. Warum hast du denn ich die Chance dazu heute online zu gehen, wenn ich will's mal? Normal, ich mach's doch auch in die USA. Ey, ich muss den, du schreibst mir genau dann, wenn ich eigentlich offline gehen wollte. Ich würde jetzt vom Früh so 11 Uhr, 30 Uhr oder so pendeln. Auf einmal kam diese Nachricht. Dann denk ich mir so, ey, komm mal online. Dann sagst du, du kommst wirklich online, dann denk ich mir so, scheiße. Das war eigentlich nur ein Witz, aber egal. Ja. Ja, ich hoffe, ich glaube, wir kommen gleich Spanien, Mann. Nö, Mann. Ich bin mal ein bisschen mehr Küche, was wir denen holen müssen. Ich bin mal ein bisschen mehr Küche, was wir denen holen müssen. meine frisse mann dieser doktor der schießt weiter die reden im game die kamen mit vier stunden schlaf das ist normal glaubt mir drei stunden reichen eigentlich komplett aus ich will mich aber immer noch nie ich weiß ich weiß warum aber jedes mal ist dieses kann haben was das sind dieser strich der ist einfach die ganze zeit links die an zeit bei mir die ganze zeit war genau dieser von dem weißen das ende geld war direkt an dieser pfeilspitze weißt du das hat mich so angekotzt es war zweimal hintereinander und danach wegen wenn die prozentzahlen dazu kommen geld dann geht es ja auch vorbei geschützt gut finden dass wenn es auch vorbei geht es so trotzdem ich soll so schulden ja ich weiß das hat die ganze zeit an dem strich direkt am ende zweimal hintereinander der stück zu kommen und freiwillig die stetschaften ja als sie die mitmachen probiert ein mit ein bisschen siehst du die Kamerabend kommt nicht aufschieden ich hoffe nur gut jetzt probierst du schon mal zu werfen auf jeden fall ich habe angezogen mit so amis ich hasste es man die zucken verlieren schweißen mich direkt aus der party weiß warum nur weil ich sie als nega bezeichnete was möchtest du ich habe keine ahnung warum ich habe doch den stream kurz aufgemacht weil die direkt neben mir wohnen warum hast du hier angeschrieben ob die runde aus den wie viel zuschauer haben dazu Da haben assn viele kommentiert, Alter, nur so ein richtig viel mehr. Keine Ahnung. Du musst nur ne Tussi sein und Youtube machen, glaub nicht. Du könntest eigentlich auch übelst viel Geld machen. Alter, ich guck mal schnell. Nein, ich kann nicht schlafen. Nein, das ist immer passiert mit dem Mann. Ich... Ich bin wegen der Gestorben, also. Die meinte so, ich soll jetzt putzen, alles klar, mach doch neun Uhr morgen. Du sollst putzen. Ja, Mann. Haja, geh doch putzen. Wahrscheinlich um neun Uhr morgen. Haja? Weißt du, bei der muss man jeden Tag putzen, also jeden Tag stoff. Ich kenn das. Ich bin so auch, Alter, wenn ich ausgezogen bin, dann feiere ich nicht. Ich muss aber selbst auch putzen. Na, wunderbar nicht so oft, ey. Einmal die Woche reicht, oder? ich verstehe diesen gläste was denkt der eigentlich da guckt jetzt gleich einer aus dem fenster oder was ich muss noch der jetzt der schützern gehen stadt man da durchzugucken noch wegen was sie vielleicht spricht er auch glaubt wie seine mutter vielleicht muss auch nutzen hatte auch Der ist so blöd. Hm. Das ist doch die Logo gerade nicht, man. Die haben nur noch 3 Sekunden, man. Und das kann man bei immer noch 500 Jahren. Weißt du, stoppst du vom Garage oder so zu gehen? Oh, du Scheiße. Was? Ich mein, zu dem stoppst du vom Garage oder so zu gehen? Und was? Oh mein Gott. Der kommt da nicht durch, Junge. Der kommt da nicht durch, Junge. 5 Sekunden. Das ist ein Feiermann. Das ist ein Feiermann. Das ist ein Feiermann. Da ist ein Feiermann. Scheiße Penner. Ach, machen wir mal Old Action, oder? Ich hab früher eine Termite und einen Jäger nur genommen, alter. was ich kann sich nicht mehr daran erinnern bis zur Zeit da war ich sogar noch die Avando und ich war noch in meiner Klasse aber ich war auch noch vor paar Wochen in meiner Klasse bitte ey wir müssen eigentlich nur die Türken wiederholen ja man wirklich so ja und Donald Wetter ist eh draußen aber der hat eh eine Ausbildung der hat doch keine Ausbildung der hat wohl keinen Bock zur Schule zu gehen nein man der meinte irgendwas mit der will Golfplatz fahren oder so das macht der doch jetzt schon mein Gott das macht der wegen der Schule aus der will im Golfplatz Golfbill aufheben was denkst du ja der hat das von der Schule aus Mittwoch oder so jeden Mittwoch oder so muss er das machen dort ja war ein Schein will erst wie immer keine Ahnung wenn er das machen soll er es machen ich hab damit kein Problem ich hab damit kein Problem was ich hab damit keine Ahnung ich hab damit keine Ahnung ich hab damit kein Problem was die Fikten sind ich weiß nicht wo die Schüsse herkamen aber ok links das ist unser Gläsmann der hat eh keine Ahnung vom Game der verhört den Lieber und weiß nicht wie er reinkommt der wäre eh gestorben und wenn er da durchgelaufen hat auf jeden Fall ja man keine Ahnung soll wieder machen was er will vielleicht wird der nächste Albert Einstein hat auch keine Schule gemacht ja man ich meine ganz oft kann auch sein also du willst jetzt sagen wer dort geht das nicht ich meine ganz oft kann alles so möglich sein kann sogar sein dass ich auf der Straße lande fliegende Rollstühle oh mein Gott die haben warum nicht soll ja auch fliegen der Autos geht können sie schon Rollstuhlfahrer da noch holen das ist das ist das ist das ist das ist das ist natürlich der guckt sich alles an Luca okay am Ende des Tages guckt er sich die Sonne ich werde das die die der die 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 der die 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 auf ich stehe es dann will ich nie Füße einfach mein Gott die sind so taktisch drauf oder so müssen doch ich verstehe diesen doch nicht Prozent weil sie wieder mich ist gerade fast bekommen hätte aber okay Naja, der kriegt mich fast durch. Das ist eine ganz dumme Idee, ich schwöre es. Uh! Die wollte es gerade wirklich machen, oder? Ey, natürlich, Mann! Ey, was ist denn, was ich muss dem Melden? Was ist denn mit den Huren so los, ganz ehrlich? Der weiß schon, dass ich da bin, wollte ich verarschen. Das ist der Doktor, der weiß schon, dass er da ist, der weiß es. Und das ist das, der weiß schon, dass er da ist. Das ist das, der weiß schon. Nein, nein, nein. Die haben die Cam-Blets nicht gemacht, ne? Nein. Rechts von ihm. Ne, das auch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Perfekt. Ja man, mach die Krems aus. Oh, das ist so schafft. Oh, voll. Ja, war der Teambeutel. Jawohl. Komm, wir müssen aufholen. Ja, wir machen das jetzt. Warte. Okay. Ja, wir wollen jetzt richtig auf. Ja, ja. Let's go. Schmeiß eine Cam raus, ja. Auf die Palme am besten. Okay. 10 Sekunden remaining. Loading mag. Op4 drone located the biohazard container. 5 Sekunden left. Op4 has located the biohazard container. Loser hier. Loser hier. Ja, passt. Loser hier. Alter, die am Glas. Ne, Mann. Hau die am Glas. Oh, immer mit der Ruhe, Mann. Ich bin ein Kumpel. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich sag doch, geh da nicht nach vorne, Mann. Das hat sich wohl im Blick. Alter, Mann. Die am Twitch. Ne, Mann. Das ist die Striche. Nein, Mann. Ich bin hier gerade bei der Nacht, aber noch. Mann. Alter, Glässe ist hier drin. Da ist ja verlieblich. Wo ist er? um ob die Twitch Drohne killt nicht! Nein! Die Twitch drohne ich die Drohne ich glaub's nicht. Ey die hängt da am Fenster man! Welchen? Ja von hinten natürlich man! Scheiß Erschalter geht zur Hölle und bin verreckter Arter am besten oder fickt deine Mutter Abwurziertes nur was macht der Typ eigentlich nicht immer noch kommen die guckt ja immer noch weg Er ist mir nicht jetzt mal riesen kann mit von Idioten Schade, ich will diesen Baconator oder den Hurensohn Ey Twitch sieht da voll gut aus man und sonst sieht die vorne aneinander Was? So komisch Ich mein Twitch sagt voll gut aus aber sonst sieht die so voll komisch aus aber die sollen ja eh alle neue Gesichter bekommen also die meisten glaub ich ne weil die so ungeschossen ne man das meinten die wahrscheinlich ändern die auch noch die kritikäre bisschen Machen sie machen sie ja die machen ein paar Verfeinerungen aber ne weder meint Twitch sieht voll hässlich aus ohne Maske ne also Twitch sieht auf jeden Fall besser aus als sie waren also ja ja ich weiß nicht mal die Bahnen die von Menschen auf dem Bild sieht das von anders aus weißt du ja keine Ahnung auf dem Bild sieht die irgendwie so aus wie so ein Pferd weißt du warum die mich so ein Pferd erinnert aber ok ich weiß nicht ich weiß es steht immer zwischen einem Affen irgendwie auch noch ja man ich schwöse wer ist der Geidste Operator voll viele sagen IQ wegen den Arsch ja die hat voll den üblen Arsch alter das stimmt schon Pult sieht auch richtig gut aus der hat ne Glatze ja ich kenne dich und wenn du wieder kochst und wir trinken ja ich war schon die ganze Zeit drauf ja die einzigsten die gedruckten haben auf deinem Geburtstag und auf jeden Fall war das ey eigentlich wir beide waren die andere auch so wisschen wir waren voll auf die Kacke gehauen ey auch schon das ist so witzig man so Kacke du bringst gar nix und dann so ja ok komm wie viele waren das man keine Ahnung voll viele ey du ne ich hab noch so viel Stiftmann nach so der Revision man nicht davon da meint ihr bitte auch so ich bin übelst besoffen gewesen Alter ey ich mach gar nicht mal du was also besoffen warst du nicht schon ne verleihe ich dann getrunken ah schöne Zeiten ja dann mal rein ich hab mir müssen uns mal richtig besoffen und dann rein was ja 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 hundertprozentig aber warm ja wenn du da war hundertprozentig ja 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 äh ja ja Gell gerocht, gell, Shisha. Hat der dir nicht erzählt, oder was? Der Junge hat einmal gezogen, gell, es kam aus seiner Nase, aus seinem Mund kam nicht so raus, gell, aber das ist so richtig gut aus. Nein, man, ey, die haben übelst Jagd auf mich gemacht, ich schwör. Was ist das Ding, man? Nein, der hat einmal so kurz gezogen und hat so aus der Nase und aus dem Mund rauskommen lassen, gell, ich so, oha, Übel, du brauchst einmal und schwimmst dir aus der Nase und sowas, gell. Ja, und zwar. Richtig, ich hab's nicht gedacht. Junge, ich krieg die ganze Zeit niemals tot, der Mann. Wer schützt seine Sachen da dran, dieser mutige Fettgescheuert, alter. Wer scheißt seine Sachen da dran? Die Lern, beruhig dich mal wieder, alter, ich schwör. Äh, okay, wir haben mich jetzt verraten. Jetzt können wir uns hier zum Kampf. wurm. Ey, wenn die sind sind für Scheiß, na? Aber ich weiß auch nicht weiter. Warum hast du eigentlich nicht die Kaftgebirge gespielt, Mann? Woher soll ich? Keine Ahnung. passt es zu mir oder was ich weiß nicht so gut ja ich weiß nicht so gut ich weiß nicht was so gut ich weiß nicht was ich sehe in Wetter was okay und cool und Angreifer was bin ich da bei Angreifer bei dir ist schwer weißt du das Ding ist halt zu mir sagt der IT-Bahner weil nämlich ich hab früher immer Ding gezockt kennst du Bego 3 wie heißt die Outrider weißt du und ich hab die die ganze Zeit gezockt und weil ich die ganze Zeit gezockt hab dann meint der das passt ey Hibana hab ich anfangs auch überlegt aber keine Ahnung ich suche mich mal so Angreifer kann zum Lehrer gespielt ja Angreifer keine Ahnung Kapkan passt aber ein bisschen zu dem Kapkan oh dir hat den angeschissen ey keine Ahnung wenn man aus dem Konzert ich bin geht so überlegt die ganz genauer Angreifer Angreifer ganz genau Sledge äh Termite ähm ey Angreifer ich hab schon oft gedacht aber du skierst die nicht mehr auf deswegen ich hab Termite voll auf früher gezogen ich hab ich hab betrefft und beruhe sich mal wieder spiel mir jetzt eigentlich mit anderen leuten Oder sind es wieder die Senk? Keine Ahnung. Ey mein Gott, ich will 1x3 Kills in einer Runde machen mit Blitzer, Alter, ganz ehrlich. Ja. Ja, bei dir passt Twitch die ganze Zeit und verteidige Ja, wer weiß nicht. Ey, ich bin WordCoree und... Und Frost. Frost hast du früher immer gesucht. Das passt. Aber ich weiß, warum... Ey, Cavera kann ich nicht spielen. Ey, aber Cavera kann ich eigentlich auch spielen, aber nur, wenn wir nicht 5 Leute in einer Party sind, ey. Warum? Nee, weil ich da nix sagen kann, man. Ey, und bei... Ich fänd, bei Angreifer ist es eigentlich Twitch und Huberma, man. Was ich spiel. Das sind irgendwie nur die Viper, man. Viper. Naja, stimmt. Naja, Bandit passt auch immer mehr. Überlegen. Doch, man. Wendet das Beste, man. Ey, ich kann mit denen mittlerweile viel Wetter kriegen. Was hast du denn draufkompensator, oder? Ja, da hat doch alle was denn machen. Ja, man. Ich hab überall Kompensator draufgehoben. Ich hab schon wieder mit Twitch kann, wenn ich abfache. Scheiße. Jetzt... Warum macht dieser Cup dann seine Fallen eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ich weiß. ja was siehst du denn wohnheim ein so beim auch von warm bei mittlerweile bei uns doch was ist das wort aber die kommen da schon Oder? Ja. Die haben schon aufgeschossen. Was? Ich stoppe doch hinter der Säule, Mann. Oh, ne. Nein. Perfekt. Woher ist, oben? Oh, alles genau. 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 Welcher? Ey, der muss irgendwo linker Seite sein, weil da war ne Cam und der hat die Kappe gemacht. Muffin, Mann. Alles klar. Ey, da ist er. IQ. Ich hab's doch gesagt. Wo? Da, wo ich gepimpt hab. Da wo die Treppen sind. Da wo die Treppen sind. Da wo die Treppen sind. Und das war's. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hatten, lasst doch die Damen da rum da. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Youtuber leben, weißt du. aber ich finde es irgendwie scheiße wenn es halt einfach von sich selbst dreht weiß man einfach zum beispiel rausgehen oder so dann dreht es nicht selbst locker wieder was weißes was gelb ist warte wirst du gleich sehen wenn wir verteidiger sind ja weißt du eigentlich dass dein stream voll weit hinten hängt warte guckst du schilder auch e immer wir müssen richtig abwandern und so von unten ich weiß das ist so antik sind richtig aber ding was sagen wollte dieses von dieses traum macht bedauern war die nicht 25.000 oder welche welche maske jetzt sagt die von mercury dieses artikel keine ahnung guckt doch doch jetzt ja ich habe sie auch zu sehen ja weil ich was sagen als ich habe die gestern gezogen aber so von namen sieht voll komisch aus man bei diesem schild das wird noch besser hoffe ich aber ich bin froh dass ich dafür nichts ausgegeben ich habe es ausgegeben er war gegen ich frag mich wenn du jetzt alles gezogen was man was dem laden gibt was man geld gold was wirklich so bei doppelt was duplikate kriegst du ansehen ja aber du kriegst ja nicht so viel wie im werbe ne kriegst du nicht aber trotzdem kriegst du dafür ansehen wär aber geil man wenn du so die maske noch mal zwischendurch und staunen mann ja natürlich wäre es richtig geil aber es war natürlich ist da beschissen weil wenn du jetzt zum beispiel sagen wir mal kaufst für keine ahnung 4500 1 und danach ziehst du das und dann hast du 25.000 gleich gleich neue operator kaufen weißt du nein ich meine wenn du dir das für 25.000 kauf ich meine ja im wert weil ich glaube du kriegst du auch noch so keine ahnung ich habe die wand hochgezogen die ich nicht ja ich habe die wandelten machen 5 4 4 4 Das hat mir geblieben. Ich habe das Koppel-Kam-Lump. so ein Idiot einfach was der weiß, dass da jemand ist mein Gott, was willst du denn noch, ah, Rekrut ist verletzt warte, ich markiere schnell ja, der hilft ihm jetzt auf, scheiße ich hab den in die Fresse geschossen ey, der ist doch schon wieder vorbeigehalten, Mann ich hab ihn nicht gekauft ey, du bist so schade oh Gott von links kommt Slash mich schrot mit dem der ist reingerobbt hey jetzt kam die auch mein Gott sowas kotzt nicht ich bin mir voll am überlegen, ob wir einfach rein rennen lass probieren die ist am schnellsten, Mann schwul ich bin ich bin ich bin die Frau machen müssen naja, ich mache mich eigentlich nicht gemeint damit egal noch so hier sind wir in den Sälen raus können wir schnell rein rutschen und dieser Mute kommt aber früh auf die Idee was aufzustellen dieser mute kommt ja früh auf die idee ist aufzustellen war mal einer oben ist auch einer ist da was vor allem gewinne mich auch Alter, seit wann ist mein Hund hier? Ich weiß, ne? Frag ich noch? Mein Mann, leider kann er kein Deutsch. Was spricht er für eine Sprache? Keine Ahnung. Frag sie doch. Keine Ahnung. Du sagst, er spricht leider kein Deutsch. Na? Vielleicht hier geht's. Die kann Deutsch verstehen. Na? Na? Die kommt aus Rumänien. Vielleicht kommen die Rumänien. Alter. Rumän. Oh. Vielleicht ist sie auch Italienerin und heißt Larissa. Und ist Engel und wohnt in Mannheim. Haben wir da an gedacht? Ich krieg mir die Mitten, die braucht nichts. Ja? Liste, du kannst dir ein marchig hören. Das ist ein Unterschied. Ja? Das ist ein Unterschied. Na dann. mein gott könnt ihr euch mal entscheiden wenn ihr abknallt da meine fresse die ganze zeit höchster sie sich gegenseitig abschießen oder ist einer drin oh gott nein wusstet die das und dann auch noch mit dem wort komm schon wo du schaust du menschen ein guter ist drin gleich auch die Scheiße so viel auf der Zwitschirme ja man aber trotzdem ganz ehrlich wenn ich tütschwer wäre ich da wahrscheinlich nicht hingegen siehst du das geht doch mit wenn du die spielst okay Wir müssen die Biohazard Container befassen. Hold on. Well done. Biohazard Container located. Oh, Cavera. Wirklich? 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 ich bin weg, du hast vergessen, aber es ist eine Wettertrasse Warte, geh weg! Das ist mein Kill! Warte, warte! Schnell! Warte! Nein! Mein Gott, nein! Nein! Sie wollten ihn gehen! Egal, okay! Scheiße, das wären 3 Kills gewesen! Sie wollten ihn gehen! Nein! Komm mal, ich hab gewartet, ne? Ja, ich weiß! Die wollten ihn gehen, deswegen mussten sie ihn gehen! Juuu! Wie die reingestürmt sind, meinte! Hm... Ja... Ich wollte dir den lassen, aber... Ey, komm, jetzt musst du ein Pack kriegen! Nein! Weil, wenn ich mit 2% jetzt ein Pack... Äh, ne... Ei, das ist eine Chance wert, ne? Ey, ich hab gestern... Post... mit 2% ein Pack bekommen, weil das war direkt an der Spitze, ne? Schau wieder! Ne, ich hab jetzt 38% und krieg immer noch Pumpe! Was ist denn, sag, heute müssen wir wahrscheinlich sogar vielleicht etwas Neues rauskommen! Einladen! Einladen! Oh, jawoll! Beste Map! Guck mal, wer im gegnerischen Team ist! Wer da? Der... Nightwolf! Der von eben im Team! ... Post und Darede! Genau so bleibt! Hier ist der ja auch etwas Neues drauf! Stand up sein! Ich prepare beim Waren! so bin jetzt schon müde mann gewöhnt mich gerade an meinen schlafrhythmus mann jedes mal muss ich früh aufstehen wegen euch damit ich euch überhaupt noch treffe kann ich abends noch zocken halt da ja machen die aber nicht warum sie jetzt voll oft war ich habe mich auch was denkst du denn bei mir die leute keine ahnung hatte ich mich nicht mit hunden rassen auf jeden fall ist riesig der polsch ist von er warum und sind bei ihm und perfekte am besten nicht gleich Blinden der Beirut gespeckt also ich kann eigentlich auch noch drei stückte mit Newt und seine Sekundärer aber nicht auch in den er kann dieser Scheiß was dort sich endlich in Schein zwischen Jäger und Weltkrieg und Schalter des Geschmacks und Schalter des Geschmacks ja Ok so ja Die Chance. Ich muss sie mit machieren. Ja, ja. Perfekt. Oh, während du Penzen nicht auf die Werbung schreibe. Ist aber schlimm. Was willst du werden? Something? Oder... ...und... ...und... Nein, Mann. Nein. Was? Irgendwas mit Büro. Perfekt. Perfekte Beschreibung. Ja, Mann, ich hab die Schule für Mediengestaltung gemacht. Ich geh definitiv... Wie heißt diese Scheiße? Nussbaumedien. Beste. Ey, da wollte ich mich auch verwerben. Bewerb dich mal, glaub mir. Wir werden da so Ausflug gemacht. Beste. Das sind alles von dem Missgeburten dort. Da haben drei Leute aufgehört, ey. Und dann wollte ich mich da bewerben. Hab sie mal recht vergessen, als hab ich die auch nicht mehr rein. Danke. Ey, glaub mir. Guck mal, das ist eigentlich ziemlich in der Nähe bei uns. Sogar deswegen. Nichts ist gut. Auf 4, last Operator standing. Alter, was geht ab? Auf, lass mal rausgehen. Lass mal raus. Also raus, raus. Oh mein Gott, Mann. Der ist hier bei mir. Hör mal mit. Warte. Scheiße, der ist auf dem Dach. Ah, hier rein. Direkt. Junge, ich dachte, du wärst neben mir. Ich guck nach oben geht halt, was. ausgeещert. Der ist immer noch offen. Ich kann mir sagen, wenn er an Rob Paul baut. Scheiße. Dann ist nur auf. Ja, du bist dran. Ja, du bist dran. bester tipp eigentlich wenn du leise sachen aufmachen wie es dann macht es so schlag hier dagegen da machst du die scheibe nicht kaputt und man hört dich nicht so pro typ des tages alter wo ist der mann Klar. Neidbolten. Und der T-Beutel ist schon im Voraus. Ja, das war ich. Ich sag doch, der T-Beutel ist schon im Voraus. Na ja, das war ich. Ja, hat ja auch keiner gesagt, dass du nicht dumm hast. Was ist das? Oh, scheiße. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kho-Ams sind schwimmig mhm sehr schön wie der das einfach auf der Treppe aufstellt man direkt mal von oben nach unten aber nicht in sich für mich direkt vom Klassenzimmer zur Bibliothek was denn oh wir verlieren weil die haben ich weiß nicht wie ich gerade nachgeladen habe aber ok ich verpässe mich nicht oh mein Gott man gut nein was soll ich machen Ich glaube, ich rufe Kraft gerade gar nichts, oder? Das war ne schnelle Wunde Ja man Let's go, wenn die mit Shotgun zocken müssen Weiß ich das auch Eigentlich müssten wir den Rekrut nehmen, an jeder Wand und irgendwo auf dem Boden C4 platzieren und dann wenn die im Raum sind springen Okay Ah, das kannst du nur mit fünf Leuten machen Ja Barricade die Runde, wir müssen den Biohazard-Container schützen Aber dann kommt das Schwimmreifen und schwimmt und läuft ja MC Schwimmreifen Ich habe noch eine Idee für den Mc Donaldson Der ist Schwimmreifen da da Der überlappt dann 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 5 Sekunden 4 Legs Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Du musst deine Westen! Nimm deine Westen! Ja, von hinten. Die sind schon drin. Oh mein Gott! Oh, Alter ey, jedes Mal, müssen die reinrennen oder was? Ja. Carvera brede ich doch um, was macht die eigentlich? Wer rum ist auf der anderen Seite und die schießt den hier ab und das juckt die nicht. Oh, das ist klar. Ich sag's gar nichts. Mit Äschgern hier der Zucken hübscher. Eine Schwuchtel. Okay. Wir sind in Verteidigung. Egal? Ja, war's egal. Der hat sein Stinks nehmen es in Trank. Hey, wart zu mal! Ach so, okay, war so. Der Raum beste. Prozent das ist nicht immer noch wie seine Finger bei denen die Lieblingsdienste die Wüste vorpixen da kommen sie locker gleich durch wo ist es warum macht er hier wieder auf hey das war doch sein kopf ja natürlich springst du da mal rein oder du wohnen so leute auf der treppe mann was machst du verwerber können sich schon verlassen gliederlage kurz vor dem ziel naja guckte einfach das team an mehr brauche ich nicht sagen der typ der wurde jedes mal vergewaltigt wenn ich den gesehen habe er wurde nur durchgekarriert manchmal verstehe ich nicht warum dieses dieses rad sich nicht dreht die gehen mit direkt diese prozentzahl nimm du das nächste mal doch ich zeige dir den glitch ich habe sogar meine erste reaktion auf nehmann ich hab's da hat jemand den glitch in bank gemacht ich habe zugeguckt ich habe mir 500 jahre war naja wir müssen auch zugucken wenn ich mich hin lege die lehren hör doch auf die schien zu lehren Anni war nicht mehr, ist die? Ich mach mal vor wie los. Der fuck? Das ist normal. Wir müssen jetzt gewinnen die Lern. Warum bist du bei mir eigentlich immer? Immer ganz links. Wenn ich mich weder zog, dann ist der immer direkt links neben mir. Ich weiß nicht warum. Ich nehme die Puppkampung. Was? Ich nehme die Puppkampung. Ich nehme die Puppkampung. Ich habe mich nicht im Sommer. Aha. Was soll das jetzt heißen? Ja, da war es einfach nicht. Das ist die Puppkampung. Lass uns den Biohazard Container. Oh, die sind hier. Hallo. Hallo. Die sind hier. Was sind die, Mann? Nein, ich meine, wer ist der letzte Mal in die Scheiße? Hm. In 10 Sekunden. Ich habe die Puppkampung. Das bitte. Das stimmt, Herr Ranker. Wie sehen, du legst es voll, Mann? Ja, du verstehst gar nichts. Ja, gut. Obwohl du einen völlig guten Ping hast. Ich werde diese klinischen. Ooooooh. Oh man, da war doch keiner. Die sind hier irgendwo. Wo? Mein Gott, Alter, du legst wohl, ich verstehe nichts. Ich verstehe immer noch nichts. Hier oder was? Ja, da ist er. Ich bin wieder nach dabei. Ich lag da, ich muss halt nicht weiter. Aber vielleicht ist da noch. Ja, guck mal, mach ihn. Oh Mann, oh Mann. Super. Junge, der hat mich voll erschreckt, Alter. Ich muss da nicht vorbeiglaufen vor der Video. Ich sag die ganze Zeit, der ist hier. Und jetzt braucht er. Aber nochmal im Sinne. Nur von wo denn? Von oben. Egal, das war's. Der wird's eh nicht schaffen. Du bist voll. Du bist voll und du darfst auf deinem Lauf. Ich. Ich weiss. Das war's. Was? Was? Junge, wie hat der das überlebt? Ähm. Ähm. Ach du Scheiße, Junge. Was hat der gerade gemacht, Alter? Alter. Sag gar nicht. Ach. Ey, Dylan, verlass mal bitte schnell Party und komm wieder rein. Du leckst so sehr. Ja, was? Du sollst auch keinen Fluss nehmen. Nimm. Nimm Doc. Ja, jetzt. Das ist viel cooler. Pass auf. Du drückst jetzt. Wenn du Wände hochgezogen hast. Dreieck und R1. Die ganze Zeit. Weißt du? Die ganze Zeit einfach drücken. Was ist das für Hilfe, Alter? Mach einfach so lange du willst, um die 10 Sekunden oder so. Wenn du es halt, äh, länger machst, dann kriegst du mehr Munition. Achtung, geht er weg. Geht er weg. Okay, und jetzt, äh, spritz. Und jetzt drückt R1 die ganze Zeit. R1 die ganze Zeit drücken. R1. Ja, spritz dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit spritzen. Bis du, äh, blaue Lebensanzeige bekommst. Weißt du? Ja, Mann. Genauso. Alter, die kommen wieder rein. R1. 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 R2. R1. 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 ... für den Biohazard-Container. Intervene immediatly. Ey, mein Gott, wie viel hinten der aus, Mann? Hilfst du noch, ey? Ich versteh jetzt nicht, das ist immer so. Hilfst du. Keine Ahnung. Warte, machen wir jetzt noch eine Runde. Und ich versuch dir das jetzt nochmal beizubringen. Oder besser gesagt, versuch das jetzt mal in der Ruhe. Ver Untertitelung des ZDF, 2020 Ja jetzt Neem doch Und jetzt Bis du heute so blaue Lebensanzeige bekommst und lades dann die ganze Zeit nach Bis seitdem rechts Nun steht Ja ich weiß es mir Ja ich weiß es mir Ich bin der Schraub, ich bin der Schraub! 5 Sekunden Protect the biohazard container at all costs 4 Hey Junge, my f**k, how do you do it? auch raus scheiße mann jedes mal verlieren ich habe keine Ahnung was du sagst wirklich ich verstehe das nicht mann warte ich geh mal raus komm mal wieder rein ok ok Maske, um Biohazard container and secure Hold on Immer noch ein bisschen, aber. Um was liegt's? Bist du dir das sicher? Ah, fuck, alter. Nur wie viel hat der noch? Ja, egal, wieder so fast die Elfze noch. Das ist irgendwie wieder typisch, eh, jedes Mal. was una boya secure the container secure the container secure the container once the threat is neutralized you mean it's only me to thank you friendly mission successful peace peace hello ich habe einen zuschauer keine ahnung mit Bevor er ist, war ich jetzt. Okay, bei mir noch ist elf. Könnte sein, dass das der ist. Hey Junge, was ist denn mit diesen... Nein! Nein! Sie vor, setz! Kein Bock mehr! Was? Wo ist die Brüste? Sie sind bereit für die TAKING. 8 stück ist glaube ich das höchste ich habe es gewusst ja mann mit dem einen tätscher stimmt was ja man gibt die einfach volles rohr einfach alles hey window hall shit man der ist unten ja der ist bei der treppe unten rechts zum glück habe ich jäger aufholfen also ich sag's doch mit diesem scheiß tätscher alter die guckt immer noch zu alter ich verstehe es nicht weiß das ich meine wirst du ich wird ja verstehen wird es haben nichts mehr und so wenn ich ihn geschrieben habe keine ahnung ganz normal titel hilfe bei ob es gerade bei mir steht ob zwei leute zugucken bei mir steht gerade glaube ich nur einer ja das kommt immer ein bisschen spinnen so im verzug überhaupt bei denen das ist irgendwie so wenn der zug da steht dann 0 ja ich bin ja 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 Ah, direkt, recht. Komm schon, Bruder, das schaffen wir, zusammen. Jawohl, wir haben es geschafft, Bruder. Shit. Ich kann es immer noch nicht glauben, wer so hobbylos ist und mir um diese Uhrzeit überhaupt noch zuguckt. Ja, der ist weg. Peck. Okay, acht Prozent Schuss. Was? Er kommt drauf an, was es ist. Ist das hässlich, Alter. Scheiße, dass man die Sachen nicht einfach verkaufen kann. Die letzte Runde danach, ich gehe offline. Okay. 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 Okay, bene, betula. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Marlene Mordler, Bundesbeauftragte CSU. Okay. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Ah, Facebook. Ich lösch dich. Die haben meine Ohren drin. Was denn? Nein, Mann. Mach die nicht kaputt. Hör mal auf. Oh Gott, nein. Die kommen rein. Die kommen rein. Oh. Wirklich toll, Asch. Schwuchtelleiter. die Leiter also ich muss geboten gibt es auch im Leben hätte ich nur eine Schrofilme dabei die Biohazard container intervene immediately mission failed all friendlies have been neutralized oh scheiße was you need to locate the biohazard und scheiß bewerbungen alter kopiert doch jedes mal dasselbe rein beste 10 Sekunden bevor ja gerade keine Ahnung wir sind unten ich weiß dass er sich die noch die 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 dann perfekt so muss man so muss man spielen wirklich ganz und am besten direkt in der cup kam falle rein rennen und sie entschärfen damit andere team Mates nicht reinlaufen. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Sag schnell! Ja ey, weißt du? Ich war jetzt auf was drauf. Ich sag, was soll ich nehmen? In 5 Sekunden. Weißt du? Danach gibst du mir eine Antwort ab einer Sekunde. Was soll ich machen? Ja. Hm. Hm. Ja. 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 5 Sekunden Op 4 drone has located the biohazard container Achtung, von dem Ding kommt was rein Hier Ah, ey, ich wollte den Messer an, scheiße Ich dachte, der lebt nach Okay, was ist eure Story? Ich rette das Universum mit Weilbaum Nein, warte, ich rette das Universum mit Big Daddy Weilbaum Okay Okay Was ist deine Story? Sag mal schnell, äh, Shirtfarbe Ja, was, was für Was? Ich zerstörte einen Planet mit Der Master Chief, der aus dem Geburtstag Was? April Äh Weil die Welt davon abhängt Wow Wirklich Ähm Ich zerstörte einen Planeten mit Master Chief, weil die Welt davon abhängt Okay Okay Ich kapiert, man Ich bin mir spontan hier fertig Warte, ab wenn ich eben die Schlimme davon erzähle Dass du die Welt mit Master Chief gerettet hast Dass du die Welt mit Master Chief gerettet hast Voll gut, man Voll gut, man Bei mir, ich rette die Welt mit Big Daddy Weil Baum Ja Good work The biohazard container has been located Ten seconds to go Five seconds to go Faked Proceed to biohazard container location Was? Achso, ja warte Ey, warum kiebt der mich jetzt? Mein Gott Scheiße Warum hast du die Warum hast du den Winkelkill Ivana One friendly operator remaining Einfach Hauptsache rausgehen Ich kann so nicht schlafen gehen Wir müssen eine Runde gewinnen Marty, jetzt muss die Scheiße wiederfinden Marty, jetzt muss die Scheiße wiederfinden Geht Kiebs Dann Geht Kiebs 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 was was oh ja hast du es wenigstens verbrannt naja kann man auch mal mach ich nächstes Jahr und üblich oder warte ich muss die Sachen wahrscheinlich dann üblich geben deswegen ich verbrenne die dann einfach alle ich habe alle Schuhsachen bis jetzt verbrannt immer wie ist das Gefühl Streichholz an schön üblich könnte wahrscheinlich das nett machen weißt du weil Schule und Käsebrötchen zusammenhängen das wäre zu schwer für den ja das Ding ist halt nur ähm Ümit holt sich einfach jenktes man jede Pause ein Käsebrötchen wenn ich sage jede Pause dann meine ich auch jede Pause und jetzt stehe ich es mal vor und er gibt nie ab weißt du das ist voll der Geizer die 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 ich höh die ich will die gefahren aufbauen wo es eben davon aufbauen ich hab's gesehen da kommt eh keiner da kommen welche da kommen welche da auch hinter dir die warte die sind oben die sind oben die Tieler! Tieler! 3 okay die letzten zwei sind bei mir mit ihnen was ist es ist schweiße das ist so schwarz ich sehe nichts die lärm flippt aus die lärm beruhig dich mal jäger versucht zu suchen oder ist die lärm flippt aus 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 er schweiße die lärm flippt aus Nein, ich wollte nur aufs Nummer sicher gehen, bei Ash weiß man ja zum Beispiel nicht. Naja, das ist die Stock 2.0. Beste. Ja, die dann sagt mir das am besten, wenn die Drohnenphase vorbei ist. Okay? Sagt es dann noch mal besser. Ja, hier sind... Ja, die sind... Ja, die sind unten. Ja, nur auf, um den Drohnen abzuschliessen. Ja, nur auf. Ja, das war immer noch nicht. Ja, das war nicht. Ja, nur auf. Ja, das war nicht. Perfekt! Oh! Oh! Da ist ich nicht! Die Lani, ich hab's gesehen! Ja! Oh scheiße! Ey! Die sollen sich mal beruhigen, alter! Was ich nur auf den Restigen? Ich hab's gehört! Oh! 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 Perfekt es ist die das hier bin toll das reicht doch jetzt mal mit dem Ausredner hier weil ja ich hasse diesen Hurensohn jetzt schon der ist die ganze Zeit rausgerannt oder wer keine Ahnung ok ja 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 Wir müssen den Biohazard-Biohazard-Biohazard-Container 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Ja Deine Fressi jetzt, stirb doch mal! Geh mir nicht auf den Sack, du Fotze, Alter, ganz ehrlich! Scheiß-Tütsch-Kacke! Hey, kann der mir mal eine Spritze geben, Alter? Junge, das reicht! Ja, Joker ist nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Hast du noch Bandit-Ladungen? Mach mal die da dran Oder warte, egal, scheiß drauf Nein, nein, egal! Die waren dran, aber Twitch hat sie kaputt gemacht Geh mir nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Ey, mein Gott! Die gehen grad so richtig auf den Sack, ne? Geh mir nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Geh mir nicht mehr vorhanden Scheißer-Tüterung, Alter *** Dich doch ins Kino, Mann Wie lange hält diese schiißer-Tüterung eigentlich noch an Aber gut ... Wir können auch gerne so spielen. Jetzt sind die unten schon wieder. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Dieser Scheiß-Läsch-Hurensohn, Alter. Verrecken soll deine Mutter an Krebs, Alter. Du verfickter Uhrensohn. Wie poetisch ich das eben gesagt habe. Wirklich schön. Perfekt. So stelle ich mir einen E-Spieler vor. Oh. Weiß ich nicht. Ne Mann, ich glaub die Schnaupten ist nicht. Ne Mann, der schießt ungefähr wie du. Es ist nur noch Frost, die könnten es schaffen. Ja nicht, guck ich den Frost an. Dritter. Die könnten es schaffen. Die ist nicht mal drin. Ey, mein ist das nicht. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir gewinnen. Was? Ja, wenn ich ausasten muss, nehme ich Blackbeard. Oder wenn ich einfach ganz schnell sterben will, nehme ich auch Blackbeard. Wo sind sie? Oh am Scheissraum, das gefällt mir. 10 Sekunden zu gehen. So schön. 5 Sekunden zu insertion. Proceeds to biohazard container location. Äh, äh. Äh. Ja Mann, der muss immer rausrennen, Alter. Der hat nicht mal drauf geschossen in der Killcam. Der hat mich einfach nur anvisiert. Ganz simten. Aber der ist tot. Der hat sich einfach nur an den Killcam hat. Das geht nicht mal durch. Seht nicht mal aus. Puckt mal aus. Pakt mal. Fakt nicht gut. Ich weiß nicht. Was ist wie die Ruhrensöhne sind. Du kannst nicht sagen? er hat er nicht gesehen ich hatte dennoch oh mein gott der ist tot ist tot dieser bandit ist tot so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020